Aber was ist passiert? Wenn man mit so vielen... ...50 Frames aufnimmt. Egal. Hoch mit mir, vorher nachladen. Natürlich dumm, jetzt hier stehen zu bleiben. So. Schön. Ist auch nichts mehr. Ist auch nichts mehr. Okay. Gecleart. Nächstes Haus. Direkt hier neben. Oh mein Gott. Das ist natürlich schlecht. Na ja, ich wollte eigentlich auch, äh... Mass Effect 2 aufnehmen. Oder Mass Effect 1, eher gesagt. Denn Mass Effect 2 gab es schon so viele Let's Plays, die das aufgenommen haben. Aber... Ich weiß nicht auch, warum es so wenig oder so viele Let's Plays von Mass Effect 2 gibt. Weil es einfach jede zweite Sekunde abstürzt. Und da ist Call of Duty mal richtig schön drin, denn es stürzt überhaupt nicht ab. Oder so viel gar nicht ab. Aufstehen. Nachladen. Und weiter geht's. Aufstehen. Nachladen. Und weiter geht's. Ja. Perfekt. Kommt, wo seid ihr? Sniper. Tschüss. Aufstehen. Ah. Geht mal raus. Wow. Keine gute Idee. Wo liegt sie? Wo liegt sie? Gut. Was macht der da vorne? Und wo sind meine ganzen Kameraden? Amerikanische Infanterie! Nimm diesen Fässern! Nimm da oben! German Infanterie! By the Barrels over there! Out front! Kraut-Frain-Renade! Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier! Boah. Gute Chance. Okay, ähm, er. Boah. Okay, und das letzte Häuslein. Scheiße, 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 scheiße. Boah. Nein, 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 nein. Sicher. Keine gute Idee. Wohl. Sehr gut, vielleicht. Oh. Mein Gott. Okay, hier ist nichts mehr. Gut. Der steht hier noch. Und, ähm, ja, das war's. Perfekt. So, wo kommen wir hier raus? Okay, scheinbar nicht. Ähm, er kommt hinterher. Ich möchte hier nicht alleine laufen. Das ist mir etwas perfekt. Komm, rein mit euch. Jo. Und. Komm, da bist du. Da bist du. Okay. Die Granate. Ups. Oh. So. Durch. Durch. Ähm, ja. So, jetzt muss hier oben noch einer sitzen. Nein. Okay. Okay. Fertig. Oh ne, jetzt müssen wir wieder zurück gehen. Kack. Hmm. Corporal Taylor, climb that silo with Braeburn and McCloskey and watch for an enemy counterattack. Everyone else, take up positions around the perimeter and stay sharp. Okay. Also, noch ein bisschen. Komm hoch mit dir. Huuuuh. Ja, schön. Reload. C. Nööööö. Oh. Braeburn. Get through to Colonel Blake and get us some reinforcements. Come on it, Sarge. Braeburn. 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 Minimate the muzzle. Baker 6. This is Dog 5. Objective taken at rally point. Echo. Enemy infantry counterattacking. Enforce. Request additional support. Over. Knock 5. This is Baker 6. I got a couple of shermans head in your way. 4 and a half minutes have arrived. Go ahead. Get out. Teach left. Gab s Ningitized marker a server. Can you hold that... top样 to your⁉ and get you. You got your game board that John used to kill yourself. You got your Speed bill killed the South East. There is nooooooo, yeah. As see. To play your firepower. Am 2nd minor in South East. Don't worry. Achter. Nein. Oh mein Gott. Wieso treffe ich die nicht? Gut. So, und da sind noch zwei. Super. Oh, gab's. Mörser sind natürlich sehr schlecht für Phantasmus. So, da unten haben wir noch welche. Und hier war irgendwo noch einer. Ja. Ah. Da. Ah, zu spät. Da oben ist einer, den ich jetzt nicht treffen kann. Komm raus. Schön. Ähm. Da. Ich halte zu spät. Treffer. Und Treffer. So, ähm. Okay. Wo ist der Mörser? Da. Und schon sind sie weg. Oh. Neun Sekunden. Was muss man machen? Neun Sekunden. Ach so. Was müssen wir machen? Oh mein Gott. Das sieht gar nicht gut aus für uns. Wir sehen das unserer. So. Geh runter. Und da. So. Nachladen. Ähm. Andere Waffe nehmen. Und laufen. Ich glaube, das waren unsere. Also mit dem Stern drauf sind wahrscheinlich nicht die Deutschen gewesen. Good work, everyone. Make sure your sectors are well covered and we'll meet back here in an hour. Dismissed. Okay. Ich würde sagen, das war's wieder für heute. Und. Viel Spaß beim nächsten Mal. Ich glaube, dass sowieso nicht so viele dieser langweiligen Sachen mehr gucken werden. Es sind immer, eigentlich immer das gleiche, finde ich. Naja. Ich bin da etwas voreingenommen. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.